Hallihallo Hallöchen Willkommen zurück zu äh Dingens hier Star Wars und Lego Star Wars so wir waren auf Jakku haben da einen kleinen Fight gehabt und es geht weiter und ich bin ja auch dabei der Lenny ja ich glaub du bist entkommen und ich bin noch da ich bin der Gründer ja ich ich hab ihn gern wir sind Freunde wir sind Freunde wo könnten wir den Gebrauch du musst da ein Shuttle rufen hä was muss ich machen du musst es so eingehen wie du aussiehst so ja ok oh nein und so ging ich in die Gefangenschaft äh du bist kein Star Wars Mensch aber du hast mich gefangen kapitel 2 flucht von äh finaliza 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 erledigen sie das finaliza und so ist was ich dir sage bringe ich dich hier raus kannst du die Jäger fliegen was ich will dich retten ich helfe dir zu entkommen bist du beim Widerstand bist du beim Widerstand zweitens uns passiert unterwegs nicht ok ach so ach so fass mal mit an ich mach das runter ich mach das runter nicht nicht wenn ich kann mir auch hier ein nehmen mehr du kleiner oh ich bin erwischt geht das wieder runter ok ich hab ein Ruin gerettet kann ich helfen okay du musst unseren tiger befreien bitte warum ist der jetzt ganz rot weil es ein anderer ist ach so was muss ich machen dieser sturmtruppler befiehlt dir den speeder aufzuladen ich versuche noch mal ich sollte ihnen allerdings mitteilen dass er gesagt hat die steuereinheit sei defekt die aufladung könnte unerwartete folgen haben kannst du fliegen äh nee du kannst alles fliegen hast du doch gesagt mit halt mit handzellen ja auch rego aber auch rego star wars du weißt schon dass wir ihre aufmerksamkeit von uns ablenken wollten ja schon das habe ich schon wieder total verwechselt wir müssen in diesem kontrollraum und den t-jäger entriegeln ich hätte ja geholfen aber die eindringlinge wollen in den kontrollraum alle einheiten in der nähe zum einsatzort du musst noch mal zurück da war noch sowas wo über die über die oder nicht genau ein stück weiter vielleicht auch nicht vielleicht habe ich mich getäuscht ich wollte den roten stein holen super du hast es geschafft einen haben wir was kaputt okay jetzt ohne fall komm schon wo bleibst du noch mal ente so hier rüber und jetzt schießen wir hier ein ich brauche im kontrollraum für angriff wappnen haltet sie auf du musst den t-jäger entsperren ich habe keine zugangskurz du was muss ich wieder machen muss wieder so machen wie du aussiehst ein sturmtruppler da hinten ist ein aufzug gehen wir 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 Da hat's ein Schutzschild an einen Minigang. Ich bekomme den Sturmtruppler rechts hinter der Deckung nicht ins Visier. Schaffst du das? Ich schieße! Und du machst das! Was, was, was? Du kannst so schnell mehr! Gut! Dann müssen wir ihn abschießen! Jamin? Hey? Nein, nein, nein! Ich habe noch mehr! Oh, oh! Danke! Aus der Nähe sollte ich es scannen können! Schlag zu, wo es wehtut! Du musst auf der anderen Seite! Ich lenke das Feuer auf mich! Muss ich nochmal was scannen, oder was? Warte, ich muss hier nochmal was scannen! Okay! Nein, Banane! Ja! Okay! Okay! Flieg! 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 Ach nein! Ach nein! Sie könnten die Schiffe immer noch per Hand starten! Stellen wir sicher, dass sie nichts haben, dass sie starten können! Verschrotte diese Schiffe! Ah! Ja, das war die Hälfte! Oh mein Gott! Wow! Ich sehe fast gar nichts! Los! Warte! Das war's! Los! Bewegung! Wer fliegt eigentlich dieses Schiff? Was wird das da? Was wird das da? Mach das Ding kaputt! Das Teile geht nicht kaputt! Okay! Wir sind entkommen! Danke! Oh! Er ist ein Kotzgestuch! Piu, 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 piu! Oh nein! Wir treffen uns nicht! Das Ding geht echt ab! Alles klar! Wir müssen möglichst viele von diesen Geschützen ausschalten, sonst kommen wir nicht weit! Oder das Ding geht ab! Was? Was? Oh! Ach so! Du fliegst und ich gehe hinten! Ja! Also so nenne ich dich nicht! FN, ja? Finn! Ich werde dich Finn nennen! Ist das Hammer? Finn! Ruf das blöde Schiff! Finn! Hört sich gut an! Gefällt mir! Es ist einfach nur Händchen! Dameron! Kannst du mich hinzulernen? Kannst du mich hinzulernen? Kannst du mich hinzulernen? Du bist meinerseits Finn! Da kommen mehr Jäger! Okay, ich schieße! Achtung! Oh! Warte, ich drehe um! Oh! 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 Nein, ich verrückt! Du mein Fehler! Wow! Oh nein! Oh nein! Jetzt kommt so die große Maschine raus! Jetzt kommt die Nerf-Massider! ich muss glaube ich da so die haben torpedos geladen wir schnappen uns ein paar davon und diese generatoren und das große geschütz sind erledigt noch mehr jäger mann ich was nichts hier ja so sie so können wir gar nicht mal fliegen sind denn da die ich muss da so eine bombe holen flugzeuge ab wir müssen die kanone abschießen oder nicht ich muss meinen droiden holen bevor die erste ordnung das tut ganz genau eine bb einheit orange und weiß ein wahres unikat ich werde versuchen sie abzuschütteln oder du siehst ja auch ja ich bin vorne und du hinten glaube ich ja hinter uns ist einer glaube ich ja du siehst das du siehst das wie sie so oder sie wollten den droiden holen entsendet ein stoßtrupp zu dem wrack die oh immer eine kleine und du fahrst geiles sport was könnte eine lager bestie ablenken wir werden hier kaum rausklettern können also müssen wir uns wohl durch diesen stern zerstörer arbeiten mit dem hebel da oben sollten wir die luke öffnen können oder war sie gar nicht so cool aus kann ich das und ob du mir helfen wirst wegen die sei brav und wirf mich nicht ab eine lager bestie für gewöhnlich friedlich aber du möchtest sie nicht erleben wenn sie angreift volldüse guck mal volldüsen und 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 Hä? Müssen wir nicht was anders machen? Ja, wir müssen irgendwie was anderes machen. Hier! Dort, 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 dort! Beim Tor, beim Tor! Okay, ich versuch's! Okay, ich versuch's! Ich will das machen! Okay, kannst du mit dem Ding rumgehen? Ist das ein Ja? Oh! Oh, 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 oh! Bupi Bupu! Bupi Bupu! Bupi Bupu! Hilfe! Bleib ruhig, Kleiner! Tor für Dich! Ja! Das Tor ist auf! Und gleich spielt der Gaudo! Ich will das haben! Ich will da drauf! Ich komme! oh mein gott oh mein gott der musste nicht rollen okay ich versuche hier rüber zu kommen genau ich komme wieder leute ich komme mit wo muss ich denn hier ich kann nichts machen du kannst kreis drücken ja da kann ich auch nichts machen drück mal kreis da kann ich da rein ich kann das ich werde da durch hab doch gesagt ich komme wieder du bist du und jetzt ist der kleine scheiße weg ich brauche noch mal deine hilfe ok springe auf und benutze das hallo hallo was für dein geld was soll ich da ach so bye bye Ah! Es kommt mit dem Rinder! Hey! Hei! Ich kann man mit dir! Ich kann man mit dir! Oh! 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 Von da oben solltest du einen Astromech-Zugang erreichen können. Kannst du mir damit einen Weg da hoch verschaffen? Ja, du schaffst es! Ja, ja! Ja, genau so! Ja! Wir haben es jeder geschafft! Wir haben hier mal geschafft! Wir machen! Gehe ich jeder durch! Hallo! Hallo! Ihr werdet auch machen! Warte! Nee! Uh! Vielleicht müssen wir hier unten lang! Meinst du, wir müssen da lang? Ich glaube, da kann man nicht durch! Vielleicht müssen wir einfach hier hoch! Oh nicht! Aua! Ah! Da kommen wir nicht durch! Hier! Da kann nur ich durch! Wir haben diese Dinger restlos ausgeräumt! Und du! Ich komme bald zurück! Keine Sorge! Ich kenne diese Schiffe wie meine Westentasche! Genau! Hä? X? Warte! Warte! Iks, 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 iks! Noi, 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 kjei! Nein. Nein, 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 nein. X, 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 X. Oh nein! Oh, wow. Komm mal zu dir! Wo bist du? Hä, wo bist du? Ich baue dir was, dann kannst du zu mir kommen. Warte jetzt, Schleichner! Oh nein! Wie heißt es eigentlich? Äh, vielleicht noch mal D2D2? Nee. BB8! Nein, das geht nicht, bis ich den Droiden hier hoch bekomme. Okay, ich muss erst was anderes bauen. Hm... Das geht auch nicht, das ist auch blöd. Das geht nur für mich alles! Was? Dich kriegen wir schon da hoch! Also gut, mal sehen, ob ich den Tiejäger hochwinden kann. Was? Oh mein Gott! Guck! Du kannst da hochrollen, vielleicht. Ja, und da kann man... Ich glaube, das war ein altes... ... coole Flugzeug. Ich habe Arbeit für dich. Und das ist jetzt nur Trott. Das alte Flugzeug, oder? Ja. Das... ...wann... ...zeiten. Oder? Oh, schau mal, was da oben ist. Ach, wie kommen wir denn da ran? Vielleicht kannst du da rauf. Vielleicht kannst du irgendwas machen. Ah, ich geh mal hier rauf. Hallo? Kleine... Liebe Acht! Was macht das? Bye-bye! Wow! Vielleicht musst du da an das Rohr rein. Nicht wieder runter springen. Ich wollte... Ich habe gemeint. Ja. Ja! Du bist der Beste. Ich behalte dich. Was? Ich behalte dich! Kannst du deinen Ausgang schon aus öffnen? Kannst du da mal rauf? Guck mal, ich bin turbo schnell, glaube ich. Oder? Bin ich da? Guck mal! Danke. Ab hier sollte der Weg frei sein. Da wohn ich. Woher kommst du? Woher kommst du? Geheim? Wirklich? Ist bei mir auch so ein großes Geheimnis. Zum Nima Außenposten geht's da lang. Halt dich vom Kelvingrad fern und besser auch von den sinkenden Feldern im Norden. Dort verschlingt dich der Sand. Hör auf mir zu folgen. Du musst da lang. Morgen früh verschwindest du. Gern geschehen. So. Lenny hat schon wieder eine Trophäe erhalten. Geheim. Bei mir auch. Ein für eins rotes Stein. Hä? Hm? Oh, wir haben ein Flugzeug bekommen. Ein Tierjäger. Noch ein Tierjäger. Spezial. Oh, wir haben ein Flugzeug bekommen. Oh, den habe ich freigeschalten. Den hier. Sie. Den. Ja. 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 Ich glaube, das war's mit der Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss.